ja noch christian oder matter und da hat wohl vor schweiß ja das autos verloren es ist in die aufhängung von christian unter matta reingeknallt der mann dem nächsten jahr bei newman haast den platz von michael andretti annimmt das auto schwer beschädigt aber wir sehen hat da sogar einmal gewonnen und oriol servia also zwei jungen hier sehen wir doch mal was passiert ist da kommt christian der matta angeflogen und da sind die ersten teile und sagt er knallt in turn 4 außen in die mauer ist nur noch passagier im übrigen nicht nur ein motorteil abgeflogen sondern es gab eine explosion ja im hondamotor aussehen und damit man ist ja auch draußen ja also ein meisterschafts aspirant wieder eliminiert und da waren es nur noch drei jahre sehen wir es für tag da kriegt er und das schlägt sogar vorne den querlenker ab oder